guten abend meine kinder und bonsoir hier zu dem stillen örtchen an dem doofe leute heimlich sachen zu stecken wenn viele klinken ich weiß es nicht und die montagsmuffel sachte weggucken ich bin wie immer wo also wie immer an den tagen an dem ich da bin nicht jedes mal wenn ich bin jemand anderes jetzt bin ich sondern jemand anderes wie geht es uns denn heute ich habe übrigens bemerkt als ich eben im obs also im studio modus geguckt habe ob capture da ist dass meine konsole ausgegangen ist weil sie im standby war vielleicht geht es ja doch wir überschalten vielleicht geht es ja doch die spannung bleibt wir werden es dann sehen so solltest du mein zimmer nachbauen wollen dann brauchst du ein greenscreen im greenscreen ja muss double greenscreen sonst ist es nicht real ja sonst geht das nicht beziehungsweise das ist ein fenster kein greenscreen ich bin tatsächlich auf talon gerade und draußen steht samus und wartet bis sie ihre ihre ihren startschutz bekommt natürlich wissen wir das alle so wie geht es euch denn heute so korps und aileen ja habt euch schon gemeldet prognose starten ich hab dingens die sache ist die der dritte teil hat eine hat ein special ending aber nur bei 100 prozent bei 75 prozent ist das normale gute ending oder bei dir kopf sah das nicht schön nicht schön hoffentlich wird es bald so lolo werden weil nicht gut ist oder so ja aber hoffentlich wird es besser bald ja eventuell könnten wir eine abstimmung starten oder eine ein 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 dingens eine eine community machen den ganz moment da mehr als 15 schlafen hattest essen dann geht es dir also perfekt ob ob denn das gute ending geguckt werden möchte oder nicht könnte man mal könnte man zusammen basteln wenn ihr wollt ich habe tatsächlich heute mal gut geschlafen ausnahmsweise wundert mich irgendwie aber ja ich weiß noch nicht die punkte ja ich habe nicht gefragt habe gefragt wie viele punkte ich weiß nicht wie viele punkte wir machen könnten ich gehe mal davon aus dass ich ihnen 30 tagen nicht durchkommen also können wir auf jeden fall mal 30 tage anpeilen aber wie viele punkte weiß ich nicht in letzter zeit sind die punkte ganz schön rumgeflogen wenn punkte da waren kann man schon ein bisschen hoch stellen oder nein nein ich bin live leute ich bin live ich bin live ich bin live ich bin die kaffee mario gold was das denn 25 kreis viel zu wenig keine ahnung mindestens 250.000 oder bei 30 tagen kriegen wir sie zusammen ja aber ich möchte auch dass die anderen das wollen also die anderen sollen mir zeigen dass sie es wollen ja nicht nur ich 50 war so im schnitt was war was hat ein mario das war ein mario dingen zwar ein bisschen mehr als 250 oder ja jetzt nicht noch drin doch bei 74 ja bei 74 sogar das ging geradezu gut einigermaßen ja dann ist 250 eigentlich eigentlich nicht schlecht ja da ist nicht so einfach aber nicht unmöglich er macht 250 und dann ist gut für 100 prozent für gutes ende nicht 100 prozent für für bestes ending bei bestes ending Metroid Prime 3 ein das beinhaltet leider 100 prozent aber so ist es nun mal ich hoffe nicht in einer bestimmten zeit ne ich glaube das ist das ist nicht gut gut ja und hey hier willkommen guten abend ich weiß gar nicht wie viel strom meine remote noch hat aber ich hoffe mal dass ich noch Ersatzbatterien hier irgendwo rumliegen habe sollte aber noch gehen heute ich glaube schon und ja ja dann müssten wir es eigentlich noch höher drehen ja wenn es noch mehr Blechdödel Streams gibt würde ich mal sagen naja lassen 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 wir es erstmal so wir wollen es ja alle sehen ja so ist es nicht da gibt es etwas Neues bei mir hat es etwas getan in den letzten Tagen ich meine es ist wir haben uns nur einen Tag nicht gesehen ja zwei theoretisch weil der Tag heute rum ist kann kann darf man ja darf man ähm nö nicht so wirklich außer dass ich jetzt mich mal wieder in tiefe Gesichter einarbeite mal schauen was das wird vielleicht kann man damit ja in Zukunft was lustiges machen ähm 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 wenn du es nicht zum Laufen kriegst Rampi gedöhnt ist es halt schrecklich zum Laufen zu bringen ja vor allem wenn man wenn das nicht so gemacht ist dass man es einfach ausführen kann sondern wenn es wenn es das Rampi vom eigenen PC braucht dann ist das Ding der Unmöglichkeit den den Schmonz zum Laufen zu bringen ich weiß noch damals vor ein paar Jahren hatte ich so ein Upscaling Programm auch in Rampi auch so ein AI Dingens und ich habe über 6 Stunden gebraucht um den Scheiß zu installieren was ich alles gebraucht habe dafür damit es lief ja das ist du brauchst irgendwie Anaconda so ein komisches Programm damit du auf die Rampi Dinger zugreifen kannst dann musst du da drin die Texteingabe starten um dann Rampi runterzuladen du musst aber noch andere Dinger runterladen was nicht mit Anaconda geht sondern mit irgendwas anderem ja dass du 2 verschiedene Rampi Konsolen laufen womit du jeweils was anderes runterladen musst in der richtigen Reihenfolge nicht nur eins sondern ein paar Sachen in der richtigen Reihenfolge und hoffen dass es funktioniert am Ende und wenn es nicht klappt musst du alles wieder deinstallieren und nochmal neu versuchen irgendwie sowas war das damals bei mir und es war ein Geschiss und dann habe ich hier aber habe ich es ausgeführt und habe eine Fehlermeldung gekriegt in Zeile so und so viel mehr stand da nicht dann habe ich den Quelltext geöffnet bin auf Zeile so und so gegangen und konnte erstmal den scheiß Quelltext nicht lesen weil einfach keine Variablen deklariert waren was weiß ich was in der Variable falsch war wenn da nichts deklariert ist in scheiß Rampi weiß ich auch nicht was normalerweise in die Variable reingehört kann ich ja nicht riechen wenn ich den Quelltext einfach nur lese irgendwas falsches stand in der Variable zur Laufzeit aber ich weiß nicht was weil alles hätte drin sein können ja also es ist wirklich das waren jetzt meine Erfahrungen von vor ein paar Jahren ich weiß nicht wie viel kompliziert das mittlerweile geworden ist aber ja es war irgendwie ganz ganz seltsam ich habe es gerade so zum Laufen gekriegt damals das Build Upscaling Ding und es lief eigentlich ganz geil aber ich habe es auch nur zum Laufen gebracht ich konnte nicht trainieren den Upscaler ich wusste nicht wie das funktioniert jedes Mal wenn ich auf Training gegangen bin gab es Fehlermeldungen und ich habe wieder nicht rausgefunden an was es lag die Leute von DeepFace die haben das perfekt hingeschrieben Fake Cues gemacht Ablaufplan gebaut jeder Dödel kann sich da durcharbeiten und funktioniert perfekt die AI Voices ich meine ist das nicht theoretisch einfacher als Gesichter also in der Theorie sowas wie Autodune gibt es ja schon ewig und es ist halt ein extrem Level auf Autotune ja sozusagen dass man halt wirklich die kompletten Stimmlagen ändert und was wichtig ist ist halt noch die Sprechweise dass man ich weiß nicht wie die Sprechweise da geändert oder wird einfach nur die die eigene Stimme gemacht weißt du das zufällig? ob die Sprecheigenschaften der der Person mit übernommen werden? das ist nämlich ein bisschen schwieriger ich glaub's ja fast nicht das wäre voll übertrieben das ist ja letztendlich einfach nur ne ne es ist eigentlich komplett anders mit Bokoloid mit Bokoloid kannst du ja schreibst du ja sozusagen rein was gesagt werden soll vom Text her der transformiert ja einfach nur die Stimme würde ich sagen die Voice aber das passiert da? ne was wie wo? liest der nicht ein ein Voice Sample ein und schmeißt es als ein anderes raus? kann man das mit Texteingabe machen? hab mich noch nicht damit beschäftigt tatsächlich noch gar nicht ich weiß von dem Programm da gab es eine Seite im Internet da konnte man was rein sagen und er hat das Gesagte transformiert in andere Stimme es braucht also nicht ach so die Samples zum Lernen und die Texteingabe dann für das was letztendlich rauskommt hm ich fände es besser ich fände es besser ich fände es besser wenn man es rein sagt was er ändern soll ja als er jetzt sagt hallo wie geht es euch und dann boom sagst du plötzlich ausgabeding hallo wie geht es euch ohne dass man es reinschreiben muss das wäre richtig chill und cool weil so ist es ja letztendlich bloß 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 okoloid zum selbst machen bloß bloß ja das ist schon ein schön interessantes Zeugs ja ich werde es mal angucken weißt du zufällig ob es eine AMD Version gibt davon oder ob das alles nur auf Tensor Cores läuft alles klar dann machen wir das so ja alles klar dann machen wir das so so dann würde ich sagen fangen wir an bzw schauen wir mal ob es funktioniert dann sehen wir weiter ich habe erstmal den Studium-Modus und schauen es mir an es scheint zu gehen tatsächlich ich bin fasziniert wir haben Glück wir müssen nichts groß ändern außer muss mein Capture nein mein Capture steht noch auf 30 von Samstag perfekt eine Capture Cardi 60 könnte wäre auch geil mal irgendwie finde ich aber ja kann ich alles haben beim Stream ist es zum Glück nicht so schlimm wenn man den Stream guckt ob das 30 oder oder 60 sind es dann nicht so wild beim zugucken ist auch gleich am Start wunderbar gut dann gehen wir mal rüber auf Game Game ist auf jeden Fall mal funktionabel hier ist es auch auch Sound Ausschlag habe ich ich höre auch was 2 Elogie nur TV bitte 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 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 6 5 9 5 6 5 5 5 5 5 5 5 ist. Ja, macht Sinn. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte 80% gescannt und 73% an Items eingesammelt. Und am Ende kamen 74% raus. Und der Dude hat gespeichert und ich kann jetzt nur das Spiel neu starten. Ich kann nicht weiterführen mit einem abgeschlossenen Spielstand. Ja. Das war... War nicht nur ein bisschen Agro. Ich glaube, ich hatte schon 80% gescannt vor dem letzten Boss-Fight. Da habe ich ja noch ein, zwei oder drei Phasen vom Boss gescannt. Ich weiß nicht, wie viele Phasen das waren. Schiffspolitikon, Navigation der Autopilot initialisiert. Zielkoordinaten irgendwas. Planet Norion. Kalandor-Region. Status der Lebenserhaltung. Cryogene Systeme stabil. Herzrate bei 15 SPM. Blut. Normalie der Lebenserhaltung festgestellt. Neurologische Werte au... Die Korten... 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 ... Kryostasis shutdown complete. Files unsteck. Activate various suit. Superdiagnostik complete. All systems functional. Command Enterprise in a. Request a new Caddy. Jesus Christ Ganz vergessen, was hier abgeht Die Funktur-Elemente? Oder oben vielleicht? Oh wow, jeez Äh, U U U Das Häufchen da hinten Transmission verified Greetings, Samus We welcome you on behalf of the Galactic Federation Proceed to the command ship Olympus You've been cleared for docking bay 5 Welcome back, Samus Das Spiel ist schon viel fancyer als die anderen Dude, ich kann mir nur vorstellen Wenn der Sprung von GameCube auf Wii So ist Wie Metro Prime 4 wird, man Das wird zu übertrieben So ist die Union So ist die Frau Und die Frau Das ist die Frau Und die Frau Das ist die Frau So, und jetzt haben wir ein Spiel, das auch Bewegungssteuerung gebaut wurde. Muss ich Waffen kalibrieren? Oh. Jesus Christ, seid ihr pingelig. Er war doch gut. Wie genau muss ich treffen? Kann Schiff der Jägerklasse. Nach betretenen Schiffs können die Energie- und Munitionsformulärer aufgestockt werden. Außerdem ist es möglich, an Bord zu speichern. Uh. Andere Sachen. Kann ich. Landebake. Okay. Nein. Es kann ja sein, dass es hier wieder Sachen gibt, die man nur ganz am Anfang scannen kann. Was ziemlich doof wäre. Bist du? Marine. Kein Name dabei. Schade. Trainings-Drohnen. Ich will meine Marine-Zeroffenden-Trainings-Drohnen. Oh. Prachtschlepper. Janika. Behälter. Mein Behälter. Behälter. Ja. Mach kein Geschiss. Immer nur zwei machen? Was ist mit Rekordergebnis? Zwei getroffen. Pennings-Drohne. Was ist da hinten? Oh, dich krieg ich. Ich krieg ich. Hahaha. Stiletto-Klasse. Uh. Hände. Jetzt noch schreiben können. Samus Aran mit Happy End oder so. Badegeschütz. Uh. Das ist ein Frachtschot. Okay. Machen wir es. Okay. Hier sieht man richtig gut. Hier sieht man ja die ganze Zeit. Äh, die Augen von Samus. Sehe ich gerade erst. Und guck mal. Ihre Augen folgen dem, folgen dem Cursor. Ich guck dorthin, wo auch hingezielt wird. Ah, ich liebe so Kleinigkeiten. Das ist so gut. Inaktiv. Gut. Oh, Morphball habe ich schon. Was cool ist, ich kann jetzt wieder... Ich kann jetzt wieder 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 Wi-Mode hüpfen. Auch keine Bomben mehr. Aber das werde ich, werde ich sicherlich gleich verlieren, diese, diese Fähigkeit. Weißt du, da machen sie Geschiss mit, mit Waffen und sowas am, ja, in der Station. Und dann muss man aber die Türen aufschießen, ja. Ja. Kann man nicht einfach durchlaufen. Nein, man muss draufschießen. Das ist ja für die Sicherheit an Bord, ja. Solche Türen. Da brennt was. Steuerschalter der Zugangsrampen. Blockieren. Ein intensiver Schuss im Polis könnte die Komponenten lösen. Na dann, machen wir das doch gleich. Das gehört zu den Steuerschaltern, okay. Bist du auch so ein Techniker, dude? Nee, normaler Flugzeug, okay. Zugangsrampe. Ach so, da komme ich nur hoch, wenn ich da... Mache. Wer bist du? Von Soldaten. A zum Person ansprechen? Oh, das muss ich gar nicht. Also ich mach Dingens, äh, wenn's, wenn's synchronisiert ist, lese ich's nicht vor. Sonst muss ich mich immer so beeilen und dann... dann ist das doof. Willkommen an Bord, Samus. Ich hab hier einen Job zu tun. Ich hab hier einen Job zu tun. Nee, gar nicht, kann ich gar nicht meiner sein. Einer ist von der anderen Seite. Ja, dann machen wir mal. Oh, ich glaub, ich muss den Dicken machen. Kann ich's nochmal scannen? Und ausgefahren. Ja. Und jetzt nun reingedrückt. Gut, dass ich's nochmal gescannt habe, sonst hätte ich's nicht gewusst. Jetzt versteht sich's ganz gut. Gut, das Ding ist... Wir haben die Notausgänge der Schiffen, okay. Das Ding ist, dieses Spiel wurde ja für die Wii-Steuerung gebaut. Zum Beispiel der Schematisch-Starschneid der Fregatte. 3F-Klasse, ja. Die anderen beiden Teile wurde ja nur nachträglich hier die Wii-Steuerung draufgeklebt. Deswegen war das Level-Design auch gar nicht dafür gedacht, ähm, zurückgucken zu können. Hier ist aber das ganze Spiel schon darauf ausgelegt, dass man hier durch die Gegend gucken kann und so. Äh. Bin ich noch recht? Hallo? Gut, warum? Wow. Meine Fernbedienung geht nicht mal mehr an. Was ist hier los? Was ist hier los? What? Was ist hier einfach ausgegangen? Was ist hier los? Was? Fernbedienung, was ist los? Ja. Ich will ich ja gerade testen, aber normalerweise müsste da Batterie herkommen. Ich will doch nur wissen, wie viel Batterie ich noch habe. Jetzt kann ich... So, jetzt. Habe ich jetzt noch Batterie oder habe ich keine Batterie? Ohne dieses Menü zu sehen, weiß ich es nicht. Voll können schon mal gar nicht sein, eigentlich. Aber gut. Gut. 3... 2... 2... What the fuck? Das ist interessant. Ich habe mir nochmal frische. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt voll mal so schön ausgehen. Warte. Ich glaube, ich habe hier noch ein paar rumliegen. Ich habe hier noch ein paar rumliegen. Frödinger als Batterie, ja? So. Frische Energizer. Die dürften uns heben und heben und heben und heben und heben. Komm mal. Jetzt heben sie etwas länger. Ach, Mann. Wo waren wir stehen geblieben? Es wird jetzt am Anfang schon technisch viel ausgereifter. Ja. Definitiv. Beziehungsweise... Mit Gamecube-Controller war Gamecube-Fersion auch ziemlich gut. Der Widder-Klasse. Okay. Ähm. Nur das ganze rumgefuchtelt war halt irgendwie... hat nicht reingepasst in die zwei vorhergehenden Teile. Einer Meinung nach. Sportrouten. Okay. Alles rum vor. Volle Betriebsbereitschaft. Richtig. Wichtige Sachen sind ja nicht zum Scannen, wie es scheint. Hier richtig ständig voll aber auch nicht. Aber in letzter Zeit ist er gar nicht mehr so oft voll. Die Pansoren aktiviert. Sie lässt sich auch mit schwerer Bewerbungen nicht beschädigen. Oha. Gut dann. Informationstermal einsatzbereit. Individueller Zugangsgott kann abgerufen werden. Okay. Ja vor allem, dass man jetzt hier Menschen sieht, man mit ihnen reden kann und so. Man hat ein bisschen mehr... Man fühlt sich ein bisschen mehr in der Welt, ja. Dass man tatsächlich... Leute noch existieren außer man selbst. Jemand anders muss ich machen. Herzsperre Zugang... Oh. Wait, what? Oh. Da drauf? Oh. Nogin Samus Aran. Zugangscode. 13 5 7 6. Okay. 13 5 7 6. Das ist cool. Das Zeug habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist... So macht das Spaß. Try not to move during the procedure. We need a simple procedure. I understand the procedure. Subject is clear for the command breach. You may proceed. Of course. You need to... You need to pull that lever toward you to enter the containment area. Verstehung jedes Individuums. Der man den zur Steuerung des... Metroid VR wäre halt übertrieben. Weißentür. Aber... Ich glaube VR gibt es bei Nintendo nicht. Vor der nächsten Konsole. Guck mal nicht... Das kann ich auch noch schauen bevor du weg bist. Gegagore. Du kannst einen kybernetischen Körper mit größeren Mechanismen koppeln. Ah. Da haben wir einen Punkt für gekriegt. Das nächste Mal. Ich habe irgendeine Schleusende aktiviert. Äh. Ne. Was jetzt? Wie? Muss ich eingedrückt halten? Ja. Warum hier hinten? Warum nicht da vorne? Gut. War möglich, dass sie sich die Position... Hä? Das kann doch die Remote gar nicht. Position merken, wo man ist. Das weiß doch nur, ob... Beschleunigt oder nicht beschleunigt wurde, oder? Initiating DNA Verification. Hm. DNA Verified. Registration No. 13576. Identified as Bounty Hunter Samus Aran. Preparing Biohandsridscan. Please approach the Scan Terminal. Geo Gefahr. Auswertung. Oh. 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 Nre. Gar gibt's Marke. Samus, ihr seid die Formelbrede offen. Geh probier es mal. Jetzt hier. Hm. Geh rein. Ja, ja. Du hast gleich. muss ich gegen ach so ist das vielleicht allerdings an der stinke koppelt ist das gar keine bewegungssteuerung sondern ist es an der an der sensor bei gekoppelt aber scheinlich gf datensatz ss 0 1 olympus klasse weiter daten herr dagmann abgelegt okay wahrscheinlich muss ich in die richtung der sensor bar drücken im dienst des netzwerks der gfs olympus zur kommunikation okay und wenn es sich jetzt das thema unser türen es ist eine autorisierte person bin ich wohl nicht nur ein kopfgeleger und scanner fahrstuhl ich bin mir relativ sicher wir kommen hier noch mal her weil metro 3 ist tatsächlich ein relativ offenes spiel vielleicht in anderen teilen aber möchte ich möchte im intro nichts auslassen an scannen und so nicht dass wir da nicht mehr hinkommen tragisch tatsächlich ein interessantes die station des schiffes aktiviert wirtschaftsprotokolle initialisiert verbände bereiten stationen vor fünf defensiven systeme aktiv und zur astrogation stütz stationen auch zeitbereit wahrscheinlich auch noch mehr geschütze da drüben ist ein seltsamer weg zur brücke hat überhaupt nicht alles durchlaufen erstmal zu müssen steuerer offizier okay steuerer offizier die muss wohl daraus Das hier? Feierstation! Yay! Ah, jetzt kommen wir da rüber? Okay. Gut. You're good to go. Emerald Dane is waiting inside. Emerald Dane. Endreda, genug. Looks like everyone's here now. Before I begin the briefing, let me introduce 242, the flagship Aurora unit. Ah, an organic supercomputer. Fascinating. It's my understanding that the Galactic Federation's core network is comprised of such units. That is correct, CORE. And we serve as the network's master control. However, currently the network is down. That seems inefficient. But necessary. You see, seven days ago we discovered that all Aurora units were infected with an unknown virus. We were forced to bring the network down. Fortunately, our scientists were quickly able to devise a vaccine. Unit 242 was the first AU to receive the vaccine. We were able to completely purge the virus. Where did this virus come from? We believe the virus is of space pirate origin. Four months ago the GFS Valhalla went missing while on a training mission in the Clare Nebula. The ship's logs revealed that they were attacked by a space pirate braiding vessel. What is the logic in disrupting a Federation training vision? They're pirates. How could they resist a surprise like that? That never would have happened if I'd been there. Then it's a shame you weren't. The pirates boarded the Valhalla and gained access to the ship's Aurora unit, 313. This is how they were able to hack into the network and plant the virus. Thanks to our security protocols, we were able to shut down the network before the damage of the virus became irreversible. But we're still vulnerable. If the pirates decide to launch a major offensive, we'd be hard pressed to defend ourselves. We must rid the other AUs of that virus and bring the network back online. That's where you come in. We need you to deliver the vaccine to each of the AUs in this system. We'd also like you to investigate the pirates' activity in the area. You need to know what they're up to. Condition red. All personnel to combat ready stations. Repeat. Condition red. Sir, a space pirate attack lead just warped down a wormhole. They're also heading for Sector Zero, the planet's home base. No, they're targeting the planetary defense system. Get down to the planet and aid the ground troops. Stop those pirates from disabling the defense system. Go. 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 habt deswegen habe ich mal alles gescannt wer weiß was passiert gibt es ja noch irgendein irgendwas wenn ich das erste aber bei prime 1 gab es auch ganz am anfang auf der station wo man landet sachen zum scannen wenn du nicht gescannt hast du gerne 100 prozent gekriegt deswegen will ich mich nicht vertun und am real denn sie kann ich wieder kann ich wieder scannen leute was denn los ich spreche erstmal so viel zeit muss sein irgendwie muss ich ja meine 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 systeme verlieren ja morphball und power charge keine ahnung was bei der power charge konnte man im zweiten teil die ganze zeit benutzen mal schauen wie viel das hier verloren geht nichts gerne sieht ein bisschen anders aus ich habe jetzt schotter verriegelt ok bleiben verriegelt nehmen einen anderen weg zurück hinter kapsle piraten leichtes gefährlich zum durchstoßen des raums um fürs größere schütte ok 2 nutzen so einer großen kapsel nicht sehr effizient du kannst ein krabbler eine mobile kampf drohne ok energiezellen und versorgt mechanik und anlage des raums mit energie ok jetzt schaut es einem teleskop arm befestigt in mir und heute gab es das energie erzeugen auf vollem niveau regelsgitter spälen sogar generator dem einsatz ist hier kann man auch echt alles scannen gar keine lust alles zu lesen was was ich scannen kann mit der typ an so ein ja machen sie macht sie macht sie aus zu jetzt habe ich habe sie zugekriegt aber der dud ist noch ausgeflogen aber gut jetzt jetzt oder so er muss ich da und jetzt uns die energie was die spielen rugby mit unserer energie waren sie da gerade nicht ok jetzt Es ist nur noch einer da. Machst du jetzt. AGBGF Energiezelle. Muss wieder eingesetzt werden, um lokale Energieversorgung wiederherzustellen. Energiezelle geborgen. Um die lokale Energieversorgung wiederherzustellen, muss die Zelle in ihr Terminal eingesetzt werden. Genau, Terminal. Dann machen wir das mal. Ne, hat auch gar nichts damit zu tun. Rein! Weiß nicht, was man tun muss. Jetzt geht's plötzlich. Wee-Steuerung und so, ja. Bisschen hakelig manchmal. Bis man sich dran gewöhnt hat. Ups, was ist das denn? Ach, noch mehr. Kabelminen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Cool. Ich glaube, ich nicht pflichten sollte. Oh, doch. Sollte flüchten, nicht jetzt. Auf beiden Seiten haben sie rausgeführt. Oh, wow. Oh, wow. Willa hin? Uh-huh. Na, e-tank. Den ersten kriegt man also geschenkt. Unschalter betätigt. Sperre wurde deaktiviert. Entsorgungssysteme auf Standby. Ups. Hoffentlich kein Vakuum. Ah, nee. Ich kann auch das machen vorher. Vielleicht nehme ich noch Scannen. Maschinen und Schiffzellen zu bestehen. Hier. Pumpenmulde. Fläuse öffnet. Cool. Oh boy. Jeff, kommst du mich holen oder so? Irgendwie im Nirgendwo gerade. Vielleicht gehe ich da wieder rein. Auch eine Möglichkeit. Oh, okay. Macht doch alles kaputt Geräusche Hebelbühne Für Reparatur und Wartung Die weißer GF Jäger Ich besiege dich gleich Problemsystem sorgt für ausreichend Druck Um die Hebebühne zu betreiben Okay Warte mal, bist du neu? Bin ich Wollte ich auch abschießen Wo oben ist auch nicht neu Lass mich doch in Ruhe Machtshot geschlossen Ups Warte mal, fertig Gern Zum Teil des Stegs blockieren Das Störterminal Was ist da noch dabei? Explosionsstoß Können dieses Störterminal Explosionsstoß Wir nehmen an Raketen Oder ich muss Ich muss den Jäger dazu Bringen Dahin zu schießen Eine Möglichkeit Schauen wir mal, was hier ist Wartungsbedürftige Bereiche der GFS Olympus werden angezeigt Alle mittlerweile? Gegantendarstellung zeigt schwere Beschädigungen Unwahrscheinlichkeit von Piraten Hier auf den Schlamm Och, tatsächlich Alle Verteidigungssysteme der GFS Olympus Im grünen Bereich Und ohne Wartungsbedarf Gewagte Aussage Kann man dich nicht scannen? Schema listet Reparaturen Irgendwie steht auch überall das gleiche drauf Kann da sein Was? Alles bricht Bescheinigt, dass diese Fregatte irreparabel Und zur Verschrottung bestimmt ist Eben war noch alles im grünen Bereich Was wollt ihr von mir? Da haben wir doch was Absolut Raketen kommen als nächstes Warte mal Wenn wir jetzt Raketen kriegen Bedeutet das, dass wir keine Dass wir keine Waffensysteme mehr verlieren Also wir starten schon mit nichts Das ist besser Dieses lächerliche Irgendwie verliert man irgendwas Das ist Nicht seltsam Oh, ich muss meine Hand drauflegen Anders muss man antatscheln Die sind mit Brückensteuerung verboten Zum Ausfahren muss jedes Objekt einen Schussimpuls erhalten Okay Wer baut sowas überhaupt? Wieso baut man ein Schiff Ein Raumschiff Das innen drin Nur mit Waffen bedient wird Prinzipiell, ja? Was soll das denn? Aero-Mine Fliegende Personen-Mine Der wird still zum Feuern Ich will ihn anvisieren Mach mal's ohne anvisieren Ich bin mir nicht sicher Ob die Regierung korrupt ist In dem Spiel Ich glaub's nicht Weichert haben Ich bewirte jedem Etwas anderes ist korrupt In dem Spiel Oh, jetzt kommen wir hier raus Das ist ja schön Zum Glück hab ich alles gescannt Ja, der Duda ist gerubt, wie sie scheint Na los Berserker-Lord Eine Fazitschicht des Kopfes Lässt sich nur durch Zurückgelenkte Kazonenbräuchtitel beschädigen Boy Mach ich das? Offensichtlich so Offensichtlich so Cool Hä? Cool Cool Wenn man der Kopf weg ist Geht's ganz gut Que lied Cool cool Hopes Das ist ja Wie würde ich Tänen Ich muss sagen, nachdem ich die ersten beiden Teile mit der Wii-Steuerung durch bin, macht der dritte jetzt mehr Spaß vom Spielgefühl her, die ersten beiden, gegen der Steuerung. Wenn man von Gamecube kommt mit der Steuerung und direkt auf die Wii-Steuerung geht, das ist ein bisschen doof, glaube ich. Speichern und an Bord gehen, das ist eine gute Möglichkeit. Und jetzt? Bimm das auf jeden Fall. Norion. Ich muss das Ziel auswählen. Ihr seht schon, in dem Spiel liegt man zu unterschiedlichen Gegenden. Macht's ein bisschen abwechslungsreicher. Wer weiß, vielleicht kann man ja im vierten Teil sogar das Raumschiff steuern während dem Fliegen und sowas. So Starfox mäßig. Wäre irgendwie cool. Sagen wir uns, du hast keinen Grund, da durch die Brücke unten durchzufliegen. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Ich werde die Generator zurück in der Linie und restaurieren die Kraft zu den Kannon, damit wir den Angriffen zu retten. Ich werde die Generator-Koordinaten aufbauen. Gut hunting. 3 A, B und C Einiges zu tun Multiple Typ 12 Abwehranlage, Hydra 2 Schienenkanonen, Feuerbrei, Zielerfassung aktiv Oh, was haben wir denn hier für ein Schiff? Der Gatte der Greifklasse, identifiziert GFS Enkidu Der größte Teil der Besatzung ist von Bord gegangen Oh Ich muss doch hier mal scannen, Leute Ich bin gerade so, es geht jetzt kein Morgen mehr Oh, die ist kaputt Nicht so geil Halt mir nicht gleich noch einen dazu Ne, ein Grapple-Lass Uh, boi GFS GF-Daten-Neinsatz Datensatz NN Ist es 088 oder OBB? 088 wahrscheinlich Man legt den Orion Weitere Daten in der Darkbank abgelegt Geht's Mit meinem Grapple-Beam Was kommt denn dann da noch am Ende Wenn hier jetzt am Anfang schon so Umgeschleudert wird mit den Dingern Grapple war die ganze Zeit immer relativ spät Wenn das jetzt so früh kommt Bin ich mal gespannt, was noch so kommt Das ist gut Das ist gut Das ist gut Jaaah Nee, darunter fallen möchte man nicht Oh, wow Okay, das ist, das ist cool Ein Lebenszeichen vorhanden Da ist die Bomben Wurzeltung aktiviert Fragile Verangehörungen lassen sich Ermitteln durch den starken Hochbeschiffen Das ist intuitiv Mit dem Grapple-Beam Oder Grapple-Hook Lüftungssystem ist verriegelt Wahrscheinlich ist das ein anderes Ding Wahrscheinlich ist das nicht der ganze Grapple-Beam Sondern nur so ein Dingens Aber das sehen wir dann Da kommt auf schwere Explosionsverletzungen hin Was bist du? Staltplatine beschädigt Inbetriebnahme des Türsystems Erfeuert Schweißarbeiten Nun Waffenerweiterung erfeuerlich Komm, ich bekomme eine Schweißwaffe Du bist verstorben Tut es so, herzversagen Die Folge eines extrem Extrem Schädel drummers Okay Das Gefühl Ich höre hier was brummen Ich meine das Item brummen Das Gefühl Hier ist irgendwo ein Item Also ich nehme mal an Das da unten irgendwo Da in dem Ding drin oder so Versorgungsschaltkreis B Ist inaktiv Zur Reißung des Schaltkreises Muss ein Generator gestartet sein Was schießt mich ab? Lass mich doch mal in Ruhe Das sind die ganzen Schaltkreise Und das ist das rein Jovian Ja Welche Waffen man auch immer Jetzt wieder in diesem Spiel Für Jovian braucht Wahrscheinlich Wahrscheinlich gar keine Wahrscheinlich geht die gar nicht kaputt Altkreis A ist das Bist du? Was lassen sich mit einem starken Hook Genau solche Spielereien Dafür war die Wii super Ja Kleinigkeiten Den Hook einfach mit dem Mit dem Mit dem Mit dem linken Ding da werfen Ja Das ist einfach Das ist einfach cool Da fühlt man sich Wesentlich mehr drin Das Kontrollturm bleibt verriegelt Ist zämtliche Generatoren Okay Ich muss erst mal Alle Generatoren Hinschalten Bin ich jetzt? Ah okay So ist das aufgebaut hier Das bedeutet aber auch Ich bekomme rechtlich früh Irgendwas zum Schweißen Wenn ich mal davon ausgehe Das ist der ganze Teil hier Da ist einer Kann ich da reinhüpfen? Uh Direkt ins Wald Energietank Uh die Fahren aber echt nicht damit Entweder ist das Spiel Wesentlich schwerer Oder Die sind sehr generös Turbine speist Lokalen Sicherheits- und Lüftungssysteme Achtung Erhitze Energiespulen liegen frei Bei Kontaktdrohnenverletzungen Okay Oh boy Umweltskolben Auf Automatikpumpenintervall Bei 5 Sekunden Erhitze Geh' Erhitze Erhitze liebe reine was versorgungs irgendwas die raketen die raketentür sieht auch schon viel besser aus wobei das war reingucken vorbei da kommen wir gar nicht vorbei wir können in die mitte rein glaube ich immer die tür rein vielleicht ist eine speicherstation drin oder sonst was immer erst durch die tür luken wenn man weitergeht eine karten terminal oder so datensatz gh 673 jaguar bei der datenmann ich kann nicht mehr reden ich selbst hier in ganz kann 3 da jetzt habe ich alles mit drei duzt die anderen und das er flutscht das spiel wesentlich besser als die anderen tatsächlich damals fand ich das spiel nicht so gut aber wahrscheinlich lag es an der steuerung dass ich mich an die wii steuerung nicht so gewöhnen konnte nach der guten gamecube steuerung aber jetzt wo ich die anderen beiden mit der wii steuerung durchgespielt habe das komplett anders mal blockieren den durchgang auch mal so die eingeschützten drüber anscheinend berühres lassen sich vermutlich zerstören aus zu den ich habe nicht springmine jetzt gelandet wir sind fast da ein raumschiff rufen das raumschiff symbol auf der karte erneuer dabei ist neuer dabei wenn ich mal geraten soldat kriegslüstern und mit unausgegorene fahrzeugen technik was ihnen ihr nutzt hat immer noch fahrzeugen ihr seid doch so hohl das zeug bringt es doch nicht sie doch ein bisschen langsam aber noch fliegen raten ttp starke bahn seine anfällige anfällige ventilations öffnung an der frontseite an der frontseite erst mal früher gewusst seid neu oder schild soldaten oder sowas piraten miliz mit schild ok mit normalen werden wir sind ja nur noch normale soldaten und direkt noch raketen soldaten hinterher ich war doch mit gar nichts luft pirat ok ich wollte in der attacke empfohlen ok raketen wahrscheinlich rechts unten werden die raketen angepasst ok noch keiner mehr und das ist und raketen werden ja dabei ist da ist der chart spielen wesentlich besser ist ist denn noch irgendwo einer gut 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 es ist gut 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 I find this no go out to be honest Generator on the west side, between the two of us, this should be a breeze Generator A nicht Auf der westseite Wo ist Norden? Scheinbar gehört es so, die Karte Ne, ne Ich, 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 gar nichts mehr Achso, achso Er kümmert sich um den, wo ich gerade hingelaufen bin Darf ich wieder zurücklatschen oder wie? Mensch Oh, oh Oh, da kommt jetzt das Schiff und schießt Tür auf Ich weiß nicht, was der Karte wollte gerade von mir Das Schiff öffnet die Tür Von mir aus Dann kann ich mal speichern und an Bord gehen Wenn ich mir mal das Schiff von innen angucken Jetzt offensichtlich Gut ist auch, da steht nur interagieren Man weiß nicht, was es tut Das ist Schubbüse oder so, glaube ich Lieber nicht Jetzt Gas geben ist gleich nicht die beste Messe Bist du? Spürgefahrauswertung Status Freigegeben wo so war ja so intakt okay so die panzer um nur falls ich mal ja man braucht hier gegen elemiert 93 90 die ganzen ganzen krabbel fiecher da ist abgefeuert schaden erlitten datensicherung 5 die räume und sind war gezeichen fragezeichen ok besuchte räume statistik besuchte räume ok hier kann ich also was kommunikation ja ich glaube ich habe den enemy crossing planeten angerufen gut das war auch noch knöpfe Ich bin hier. ich vielleicht gern sollen vorher egal irgendwann kommt noch einer von denen hallo bleibst du da glaube ich brauche ich noch den ganzen generator was das denn ich ziehe jetzt dem aktiv abdeckung sich als positionen freigeben mittels manuelle überbrücken ja alles das gleiche ist alles manuell überbrücken ich kann ja ich kann die gegner jetzt kommt drohne wenn die luft drohne gibt es einen von frazungen hier ab okay war ihr seid nichts gut der vertragte gar nichts oder gegen eliminiert jetzt gesperrt luke bleibt verschlossen bis die generator wieder eine ach so hier ist was zum scannen energiestatus bei null generator betrieb eingestellt zämtliche generatoren systeme müssen müssen was jetzt werden offensichtlich das wartungssystem ist eins und sobald alle drei teilstücke sind ausgerichtet kolbensystem in aktiv generator kolben ist nicht ausgerichtet aktivierung des generators derzeit nicht möglich sie als abdeckung des generators sind aktiv das system zeigt status rot an jürgensfeld außer betrieb hat alles außer betrieb hier manuelle überbrücken wird durch trümmer teile blockiert hin und letztlich mit explosions stoßes freiräumen explosion stoßes rakete eine notfallsteuerung des plasma generators bedienung aus unmittelbarer nähe erforderlich ok ja es hat ganz schön gelitten der generator der noch lange durchhält wenn er mal an ist ist fraglich die scan ja aber er sieht nicht so wirklich intakt aus also ihn sieht aus als würde es explodieren wenn es angeschaltet werden das weltraum sieht schon ein bisschen billiger aus kein timer oder so dann ist ja noch alles halb so welt komme ich nicht weiter der ritter plasma generator erzeugt maximale ausgangsleistung nichts tun gibt so einiges zu tun ist ein ganzes rohr wo man durch könnte und so muss denn die irgendwann zurückkommen dann kommt 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 Was geht an Overdrive? Was geht das mal an? Was auch immer eine PED ist, aber eine PED ist gut. Was ist das? Was ist das? Zeig nicht verdammt, was war das und dann zeigt mir nichts an. Da hinten. Hey, ist das Ripley? Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt an Bord gehen oder nicht? Scheinbar nicht. Na doch. Habe ich irgendwo meine aktuellen Ziele oder sowas? Ne, immer noch die zwei Generatoren. Oh, das ist cool hier mit den... Oh, M-Einblendung, 100%, das ist gut. Wieso Einblendung, 100%, das ist gut. Verzögerung, 100%, das ist gut. Weiß System, 100%, das ist gut. Ja. Option kann man sich auch mal angucken. So viel Zeit muss sein. Oh, ihr habt's ganz schön drauf. Im Gegensatz zu den normalen Marines. Die sind ziemlich... Ziemlich... Ziemlich nutzlos. Oh. Wo ne? Aufhersbaar, blains. Ziemlich... 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 Oh, das reicht aber gerade so. Eine ist aktiviert. Was ist ein Loch jetzt? Nein, das Loch war schon die ganze Zeit. Oh, oh, egal. Nicht davor. Wow, wow, wow. Meine Lutes. Nein. Ist es gut? Oder ist es gut? Es ist gut. Letztendlich mache ich jetzt wieder die ganze Drecksarbeit, ja? 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 Ja, der ist auch cool. Was? Es war ein Meteorit? Es sah nicht aus wie ein Meteorit. Aber gut, dass der einen Haufen Fallzone hat, ja. Ja? 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 Ja. 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 Wer weiß? Nichts. Kann man aber hinrollen. Warte mal. Doch sicherlich irgendwas Geheimes, oder? Wait, what? Hätte ich hier nicht auch runterspringen können? Ah nein, auf der anderen Seite wäre ich gesprungen. Okay. Muss ich da lang? Oh no, da muss ich lang! Dort, wo ich lang muss, will ich doch als letztes lang. Ach doof. Woll ich doch nie wieder hoch, oder? Ach, kommt schon. Egal, ich werde schon zurücklaufen müssen. Kann ich doch nicht riechen, dass ich da lang muss. Mag sowas nicht. Was? Das Meteor wird bald in die Atmosphäre in die Planeten. Es gibt kein Zeitpunkt, Samus. Jetzt hat er geschwächt, ein Explosionsstoß. Hä? Hä? Was nun? Welche Waffe? Ich hab nur die zwei. Nein. Eine Bombe vielleicht. Meine Güte. Ups. Ähm. Kannst du, meine Güte. um esty Vielfleisch... Ach, пох... Zerspann! Fieps Col Ojale! Waffe ich mich Customat! Waffe ich mich in der Hmö! ich glaube auch hier ist mal ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 In die PED wird der Hyper-Modus aktiviert. Plus gedrückt hat, um den Hyper-Modus zu initialisieren. What? Okay. Wumse wird beendet, wenn der PED-Tank entleert ist. Mittels Plus lässt sich der Hyper-Modus ebenfalls beenden. Okay. Recharging Energieversorgung. Wumse wird beendet, wenn der PED-Tank entleert ist. Mittels Plus. Oh. Oh. Show me. You must have noticed during this test that Hyper-Modus possesses devastating power. Over the past month we've learned the hard way just how powerful our enemies are. To deal with them, you'll need the firepower of the PED-Suit. Make good use of it. Now that you are familiar with the workings of the PED-Device, the Aurora Unit 242 would like to meet with you. There are many pressing matters to discuss. The AU chamber is located just off the command bridge. You'd better get going. Good luck. Oh, and one more thing. After 25 seconds, the safety feature automatically ends Hyper-Modus. You'll have to keep paying attention. Deswegen haben wir noch zwei kostenlose Energietanks bekommen am Anfang. Weil wir relativ viel Energie brauchen, glaube ich. Datensatz PD-001. Weitere Datenbank. Okay. Alles in der Datenbank abgelegt, hä? Power-Plattform. Bio-Kapsel. Typ 6 Bio-Kapsel. Eigentlich auch. Da habe ich die schon. Ich meine, all den Leuten solche komische Anzüge zu geben, ist auch effizient. Weil da müssen sie sich keine Gedanken um die Frisuren und Haare zu machen. Game Development Technisch. Vielleicht wollten sie es ja machen, haben es aber einfach nicht hingekriegt, gescheite Haare zu modellieren. Haben sie gedacht, ach, lassen wir es einfach bleiben. Coole Waffe. I-10 Abwehranlage. Lager. Baby Marine. Bastas? Aus welchem Grund standen jetzt hier überall die Dinger rum? Hat auch ein bisschen wieder auf der die vorhin angegriffen wurde Ach, das war der. Das war die Tür Ja, wenn man den Anzug nicht rund genug kriegt, dann kann man einfach einen eckigen Kampfanzug draus machen und schon ist man safe Lass mich raten, ich kann wieder alles scannen hier. Oh nein, das Zeug ist noch gescannt. Uh, gehen wir los Samus, du hast es geschafft. Glad to hear your feeling better. You've been cleared to enter the AU Chamber. Please proceed through these doors and up the lift. The Aurora Unit is expecting you Okay Mal, wo wir jetzt lang? Ich Ein Problem hat diese Map, ja? Wenn Dinger hintereinander sind, dann weiß man nicht mehr, wo was ist. Man sieht es einfach nicht richtig Der große Nachteil dieser Mapart Sonst finde ich die ziemlich geil Warte mal, geh ich jetzt durch die richtige Tür? Denk ich nicht Ich muss durch diese Tür Uh, was bist du denn? Aufzugssystem. Okay, du siehst verrückt aus Ach so Okay In dem Hips sind auch heute noch unübersichtlich Meiner Meinung nach Kommunikation mit der Aurora Einheit Kommunikation mit dem AE 242 Erfolgt über das Terminal Tanks des AEs stellen die Herzen der GF Schlachtschiffe dar Man kann nicht durch die enthaltene Lösung sehen Kann da ja alles mögliche drin sein Wenn man da nicht durchgucken kann Huch Er sagt mir, dass da wirklich ein Hirn drin ist Oder was auch immer da drin ist Ich kann sogar hierher gehen Hallo Hallo Das Ding ist groß genug, da muss man nicht noch extra näher ranfahren glaube ich Entschuldigung Willkommen, Sandvesterin Let us begin Time is most critical During the attempted pirate invasion of Norian Es wurde confirmiert, dass zwei Leerby-Planets waren, die Ärzte zu verabschieden. Diese Planets waren Brio und Felicia. Diese Leviathans haben in den Medi-Glob-Sens tief in den ganzen Planeten, spüren, die Vergel und Phasen geraten in ihren Körpern. Die Leviathans müssen sie verabschieden. Two Wochen ago, wir verabschieden Runtus zu Brio. Gorr to Alicia Ryo, this will be your first objective. Please be on the lookout for any clues that might help us understand what happened to Runnus and the other Hunters. Good luck. Irgendwie gibt es keine guten 3D-Maps. Irgendwie gibt es keine guten 3D-Maps. Irgendwie gibt es keine guten 3D-Maps. Samus, die Fliege ist nun zu der Rendezvous-Location. Sie werden nicht mehr mit uns mit uns aus diesem Punkt vorbeigehen. Rest assured, wir werden die Kommunikation-Line örtlich halten und sich mit Informationen, wenn es notwendig ist. Good luck, Umbrio. Zum Umbrio habe ich alles gescannt? Und das System der Föderation. Ich warte mal nach Umbrio. Oh, ich mache mich. Ich warte mal nach Umbrio. Ich speichle mal am besten. Ich warte mal nach Umbrio. Zammus, die Leviathan Seed ist schädelnd durch eine Energie-Schild. Du wirst nicht beherrschst, mit der Barrier aktiv. Wir brauchen mehr Daten, um zu entscheiden, wie die Schilder kann sich verletzten. Du bist näher der Wreckage eines Dammed-Federation-Bessel. Wenn du den Satellite-Upläge auf dem Schiff hast, kannst du Informationen über die Seed beherrschst. Prepare to receive the ship's wardens now. Das ist echt doof. Mogna Kriegskolem ist außer Betrieb und in massiven Fels eingeschlossen. Diese Einheit ist irreparabel. Mogna Kriegskolem ist unverständlich. Die Bildhauerei wurde vor 328,9 Jahren eingestellt. Oh, wir rechnen jetzt in Jahren. Nicht in Deka-Zyklen. Leichtfeuer wurde vor Jahrhunderten installiert. Speikgewächs ist eine einheimische Sukkulente, die in ihren Blättern Gift produziert. Oh, dann bleibe ich mal weg. Sollenruinen. Bestehen aus organischem Fels von Rio. Sie beginnete einst dazu, Reisende willkommen zu heißen. Gewitterte Altarruine. War einst Teil der größeren Anlage. Ursprünglicher Zweck ist unbekannt. Was ist denn hier? Entwickelte Kaschpflanze. Mit ausgebildeten Barocke. Mit starkem Beam und Sprengwaffen zu beschädigen. Ja, dann. Ist das halt so. Das ist ja ein relativ schwaches Energiefeld, das sich nicht mehr wieder verlieren lässt. Okay. Ja. Gute Andere. Geht als Kaschpflanze identifiziert. Von Briona zur Lagerung von Vorräten. Hä? Woanders als die Andere. Woanders als die Andere. Ist eingeschlossen. Geht deutlich an, dass er noch lebt. Nun. Da ist vielleicht unser Silver Server etwas abgedreht. Oder so. Hier ist ein Moment, der bei Eisung anscheinend in den Kampf verwirrt. Gummah wurde solide Eismassen erzeugt, um Zugang zu diesem Tempel zu erhalten. Eis schmilzt noch nicht. Hallo? Kann ich wieder scannen? Danke. Ophologie. Geraknol. Fehlendes Außenskelett erlaubt hohe Agilität, beursacht aber Empfindlichkeit gegen den überall meisten Waffen. Weil da hat eben nicht niemand gestanden. Ist das falsch gesehen? Da gibt es Leute, dass ich da hinspringen kann. Noch nicht. Die F-Daten-Satz BY550 der Geschichtsschreibung nach sollen diese Statuen in den Irrsinn und die Schrecken des Krieges erinnern. Wo kann ich gar nicht gucken? Hast du denn? Struktur als Springernest identifiziert. Außenschicht ist äußerst robust. Inneren wurden Lebenszeichen entdeckt. Und dadurch tödliche Rückgratverletzung ist beim Aufbau gegen die Wand entstanden. Okay. Selbst wenn er aufwacht ist er nicht mehr so fit. Ja. Dein Bild ist nicht am Boden befestigt und lässt dich durch einen ruckartigen Ruck. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du bist nicht am Boden befestigt. Ich höre was, ich höre was. Solaranlage erlaubt Zugang zu... Solaranlage erlaubt Zugang zu Sperren. Lassen Sie sich über die Führungsschiene erreichen. Du blockiert Plattformen. Einheit scheint an angrenzenden Mechanismus der Entriegelung gekoppelt zu sein. Kleine Brürokassetten. Ja? Schwer strukturelle Schäden festgestellt. Brücke wurde schwer getroffen. Vorsicht mal mitreten. Schwer mal hier. Die Hebelung des Sicherheitssystems ist funktionszüchtig. Öffnung bietet Raum für ein kleineres, rundes Objekt. Da muss ich wohl reinrollen. Ich höre hier ein Item. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Hier muss ich erstmal die zwei Dinger entriegeln. Okay, die zwei Dinger da muss ich machen. Wenn ich von da oben reinrollere oder sowas. Ja. Oh, der Mordball sieht anders aus. Sehr viel. Vietriger. Zonacht. Nachtbar. Verbund für Zustandangriffen aus. Überlagung. Wow. Wow. Okay. Ja. In der Tat. Wenn ihr Stadtangriff auswählen. Gibt es das hinten? Gibt es das hinten? Guck mal, hör. Da muss ich noch einmal lang. Ups. Wo ist das Item hier? Jetzt ist die andere Seite blockiert. Okay. Aber wie kann ich die anlangen? Okay. Gelpuffer. Okay. Er hat und gibt Brenn-Gel-Dämpfe von. Sie explodiert bei Kontakt. Bin ich mir nicht sicher, ob ich da lang möchte. Haltkörperblockiert-Tunnel lässt sich aber via Verankerungsball. und bewegen. Und was da schon vor der Träumung. Nur 20 Kilometer in einer Stunde vier. Ich werde meist mal Bestandteile von verzohlenen Eismasse auf. Welche die eingeschlossenen Lebensform angreifen. Okay. Der Organismus ist doch mit einer Verweißung. Da muss ich doch lang. Da gehe ich doch erst die andere Richtung. Und... Ich bin ja, Kraft springt mit Messerschaften. an wow hat euch aber was einfallen lassen meinen namen mit masserscharfen krall hat wir gesagt nicht mit grütze agfizer organismus ja und ich lange bin aber das wahrscheinlich hinten ist wahrscheinlich irgendwas zu einsamen da oben da oben drin ist wahrscheinlich das zum einsammeln ich auch erst den plasma beam oder so um das eis zu schmelzen aha dass ich gekommen bin energietank frei haus exilium der abdeckung ist verwittert mit einer starken punkte bionische daten entziffert eintrag goldene epoche bei der daten der datenbank abgelegt das gucken wir uns aber an goldene epoche schauert auf die vergangenheit und damit auf die friedenszeit des prio erblickt das goldene zeitalter als unsere welt ein paradies ohne gleichen war lausche den freudengesängen welche die straßen der königsstadt erfüllen während das volk der ankunft prius des ersten huldigt unserem befreier betrachtet wie unsere ersten schiffe an jenem tag zu den sternen aufsteigen und erlebt den aufstieg der lehre und schließlich eines neuen prio seht all dies und erkennet den beginn unseres niedergangs schmerz 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 immer wieder neue container da komme ich aber noch gar nicht rein missions stöße und doch ein wahlgeber vor zum angriffen stacheln ab wenn sie was so farzontiere entwickelt haben sehr unglaublich hat so einen sprung haben los hat so einen ranken sind unverwürstelte kapseln lassen sich aber mit waffen abfahrt so was beschädigen ok auch wieder ein item das ich höre wo ist es da oben in die kapsel nehmen sie konnte in dem scan ding hat eine andere farbe gehabt kommen wir irgendwie hin wir kommen da von hier aus schlechthänden darauf in die falsche richtung und hier ist auch gar nichts wo ich hin muss aber ich laufe in die andere richtung wieder zurück ich glaube besser wäre es ich mal erstmal dahin gehen wo ich hin muss gut das ist doch dumm komischen vögel sind immer sind immer vor irgendwas größerem was man ausgaben kann so kriege ich nie die dummen dinge gescannt weil es sich immer auf die die kleinen dinge da konzentrieren und da gar nicht hin danke dafür hätte ich auch vorhin gleich machen können dann hier ist auch wieder ein ding ins ruhig her auch wieder brumm brumm hier irgendwo also ich habe momentan nur diesen kreppel hook aber ich brauche noch den kreppel beam damit ich mich schwingen kann die pflanzen bleiben kaputt das ist gut das ist sehr sehr gut die regnet sogar auch so ein golem wieder x golem ohne energieaktivierung mit momentan erweiterung des anzugs nicht mehr was ich kann aktivieren und wieder oh oh was ist hier oh platz ihn hat ihn nicht bryona ist er böse Nein, er ist ein Reptilikusjäger Jener kann seinen Körper in ein Tarnfeld füllen Natürlich, kannst du das? Die Abdüngung ist verwittert mit einem starken Rohr Ah, die kann ich abreißen Aber auch erst wenn ich Oh, der Blut liegt auf irgendwas hartem drauf Und hier Nichts Den Weg hier außen rum Achso, dort wo ich mich rüberschwingen kann dann Wenn ich denn irgendwann mal schwingen kann Die alle abreißen Kriegt mir nur nichts, weil ich momentan nichts Nicht hinkomme Also werde ich mir auf jeden Fall als nächstes Den komischen Grapplebeam da kriegen Deine Wüste ist nun in der Wand versenkt Zugang zum Korridor frei Was haben wir hier? Festplattenschein, ein primitives Sperrsystem zu zeigen Mit einer bestimmten Eingabe zum Öffnen der Folge Aha Cool Zeitalter der Leere Zeitalter der Leere Von den Sternen gelangte Wissen zum Brio Und im Austausch Gaben wir unsere Weisheiten mit Freude an unsere neuen Freunde weiter Die Herzen vom Brio waren von Stolz erfüllt Und sie huldigten den Lehrmeistern für all die Wunder, die wir ihnen eröffneten Als die Zeit des neuen Brio heranbrach, verblasste das Bild der alten Pfade Die Freuden schreie jener, welche die Lehre verehrten, überdeckten, aufgebrachten Klagen derer, die den alten Pfaden nachtrauerten Den primären Traditionen Okay, jetzt wird's aber doof Griffling Geht in Symbiose mit Korba Sprengkörper uns vernichten Das Korba So Muss ja irgendwie reinkommen In die Wand In der Wand nach da drüben gehen Weil Ich war jetzt überall, wo man hier auf der Reinen kann, oder? Irgendwo anders hin Ach da Ja, aber die Tür hab ich noch nicht Können wir irgendwo Dings machen? Ah, okay Uh Da kann ich nicht lang Da war ich schon überall Da komm ich nicht weiter Soll ich auch Welcher was Und ich hab was übersehen, oder? Hier muss ich irgendwo ran Rankommen Ich hab nicht mal rein Ich hab ihn mit Oh, oh oh Oh, oh Dah in a hole Weiß ich nicht, wie ich da hochkomme. Noch nicht scheinbar. Schau mal hier. Tierabdeckung. Ich teile die Statue ab mit einem starken Rock. Kleiner Bild enthält mehrere Liter instabile Bangehls. Die Beziehung des Skills könnte Zerstörung verursachen. Uiuiui. Okay. Ah. Grapple Swing heißt der hier. Ja. Okay. Von mir aus. Grapple Swing. Weiß trotzdem nicht mit welchem Item. Ich da hinkomme zu dem Ding. Vielleicht kriegt man das irgendwann gesagt. Oh. 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 Na So Hier komme ich glaube ich nochmal zurück Irgendwann Ich bin hier eh nicht weiter Noch Was ist denn hier Nope Bisher ist es ein bisschen mehr streamlined Das Spiel Ohne Scheiß Willst du das Ding da hinten Ich werde es in meinem Leben nicht schaffen Die komischen Vögel dazu zu scannen Wait Da oben ist ein Erweiterung Loasche Legierung Hat man doch auch schon mal gehört Na und hier Achso Geht gar nicht erst auf Komik Energiebasiert Lebensformen Sondern Expressiven Segment Okay Äh Nicht gut Grella Analyse Beschlossen Schutzabdeckung Wird durch Sperrklammern Gesichert Wer sitzt im Aktiv Sperrklammern eingereistet Starker Beschuss Könnte bis sie beschädigen Okay Energiemagnis blockiert Okay So Körsoldaten Gebrochen Vakuumluke versiegelt Offenbar kann die Luke Nur von der Schachtseite ausgeöffnet werden System An zentralen Energieversorgung Des Raums Angeschlossener Gezuhörst Deaktiviert Okay Nett gehört zu einer Serie Von Energiestäben Energieversorgung Müssen alle Stäben Verbunden werden Okay Ah Das waren es K Es war uns Ja, okay. Hast du? Das ist das Satellitmodul, das ich aktivieren soll. Okay. Okay, hier ist noch. Hier ist was im Argen, auf jeden Fall. Machen wir mal erst mal das Satellitmodul an. Gut. Wir sind nicht mal in der Nähe. Geh rein. Ah, na, dieses Bereich ist wohl noch untergeladen. Okay, auch nicht schlecht. Oh. 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 Samus, the satellite data has revealed two distinct energy signatures. Will ich im letzten Eck? Ist ja klar. Oh, da geht's noch. Ich glaube nicht, dass ich bis rüberkomme. Suche was wert. Ich habe da links oben so eine Minimap, so eine Karte. Das ist so ein kleiner Stern. Muss dieses Ding da sein, der Stern. Komisch. Auf. Danke. Ja, ist aber reist das. Wie ich da hochkommen soll, irgendwann weiß ich nicht, aber das wird irgendwann schaffen, denke ich. Ich kämpfe gar nicht mit euch. Da oben ja, den höre ich. Cool, dazu brauche ich aber den Plasma-Beam oder so. Oh, was passiert jetzt? Efer-Dudes am Start. Alpha-Springer. Okay. 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 Soll ich nicht mehr über den Modus gehen? Ich muss mir das bitte verraten. Oh, ich höre mal an. Ich muss. Ja. Oh boy. Hä? Habe ich jetzt die zwei Ludes im Hyper-Modus einfach besiegen müssen? Oder hätte ich jetzt die zwei auch einfach so besiegen können? Ich wollte mich doch nur in den Hyper-Modus behalten, dass ich Lebenspunkte verliere. Das ist das wirklich, wie ich jetzt die zwei Lüge befine. Ich habe in Nr. Danachne, glaube ich, mit einer anderen bis zum Beispiel. Da estabe ich mich doch bei mir immer, wenn ich in die Schichten übernommen bin. use ich rausge JD-Modus nicht mehr so. Da seitdem ich in den Facebooker verliere. Töpier, gut? Da geht's eigentlich nicht weiter. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Die Tür. Ja, hör uns da. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da muss ich drauf drücken. Da muss ich am Ende wahrscheinlich hin. Uiuiui. Hey, vielleicht gibt es hier den Plasma Beam. Gibt es hier, wo es so viel Lava gibt. Oh, hier ist ein Raumschiff. Triebwerke sind noch warm. Ich meine, hier dürfte alles noch warm sein. Struktur-Kragnol-Bau-Scan beweist auf keinerlei Aktivitäten im Inneren hin. Der Bau ist verlassen. GF-Datensatz BY-412. Bildhauerei zeigt Skan. Ein Gladiator als primäre Armee. Okay. Wellen-Durch-Brenn-Gel-Inhefizit. Substanz ist entzündlich. Direkter Kontakt ist schädlich. Warte mal. Okay. Bildhauerei zeigt Wims, den zweiten. Den ersten Kaiser der Shah-Dynastie. Gut, dass wir das wissen. Reinschiebe dreht sich, wenn das austretende Brenn-Gel insinuiert. Okay. Auch eine coole Tür. Bildhauerei zeigt O'Vani den ersten. Oder O'Vanl. Wohl eher O'Vanl. Die dritte Kaiserin der C-Klom-Dynastie. Soll ich hier nicht alles lernen. Wissen fürs Leben. Der Reut zeigt Amti den sechsten. Den achten Kaiser. Der M-Gel-Dynastie. Ist das Stiftsystem fixierend? Sollte das? Oh, das bedeutet das. Aber... Das ist... Ich bin... Ich muss höher. Ich muss da... Ich muss da oben stehen. Das hier? Schmuckkopf blockiert den Transportschacht. Kein Zugang von dieser Seite möglich. Muss ich da denn lang? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Neue Dudes. Ich hab die Likurs. Ich hab die Likurs. Die kurze Schrecken per Teleportation zurück. Alter, was sind das für Dudes? Einen können sie unsichtbar machen, die anderen können sie teleportieren. Ab normaler Energie muss deinem Eisgebild entdeckt. Schmelzen mit Hochtemperäten wie möglich. Brenngeldpumpsystem ist voll funktionsversichtlich und arbeitet mit maximaler Auslastung. Nein! Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt bin ich hier verabredet. Es gibt die Zahl der Stilinder, die Parallel. Die Stilinder leitet permanent Brenngeld in das Leitungssystem. Meine Güte. So viel Brenngeld. Es gibt hier drin in die grüte. Dies sind ziemlich geil auf die Brenngeld Die Bildhauerei zeigt Swin-Kar, den zweiten Kaiser der Dünn-Shaw-Dynastie. Die G-Leitung stark beschädigt. Eine Explosion im Sockelbereich könnte die Struktur zum Einfluss bringen. Ja, ja. Muss ich mit dem Ball hin, natürlich. Eventuell Funktionstilie. Durch Entzünden des Brenngels kann eine Notentriegelung ausgelöst werden. Okay. Okay. Na gut. Wie praktisch. Wie komme ich da? Mal, hä? Da drüben ist noch eine Tür. Ich muss einmal außen rumlaufen. Noch mehr Informationen. Zeit aller des Schismas. Zeit aller des Schismas. Schließlich genügten die Wunder der Lehren jenen nicht, die in ihrem Herzen die primären Tradition bewahrten. Die Mahnung der Chozo, den Ausgleich zwischen alten und neuen Wegen zu suchen, wurde von uns Lehrmeistern nicht erhört. Wir stießen voran, ungeachtet des Zorns in den Herzen der Primären. Die Zeit kam, dass Fimas oberster Lehrmeister der Primären und ihre Tradition im Zentrum der Königsstadt öffentlich genunzierte. Dies war die Flamme, die den ausgedörrten Busch entzündete. Das Zeitalter der Lehre endete und musste dem Schismas weichen. Wow, sind hier gelandet. Wait. Hä? Hey, what? What? So funktioniert das. Die Dinger werden zu. Die Dinger werden zu Ballons. Ja, dann brauche ich erst wieder den. Annuell aktiviert er aufs Zug. Wie liegt denn ich hier benutzen überhaupt? Wahrscheinlich schon. Also mit einem anderen Ausgang. Da gab es noch einen anderen Ausgang. Da muss ich dran denken, dass wenn ich zum anderen Gebiet fliege, erstmal wieder ins andere Gebiet gehe. Um das hier zu machen, wo ich weiß, dass ich mit mehreren Gebiet sein muss. Alles klar, gute Nacht. Ich fühlte, dass du da warst. Ich kann auch rumlang gehen, tatsächlich. Die Dinger 10 als Gegner? Okay. Ich kann wohl rumlang gehen. Komm ich hier lang, wenn ich da oben lang gehe? Oh, da komme ich hier. Da komme ich da genau rein. Ich dachte, ich muss, um da hinzukommen. Das Eis hier schmelzen, das ich hier geguckt habe. Was? Das ist eine Überlagung für sich in der Fahrtzone. Wir drücken von B im Schneller-Ableiten. Das ist eine Überlagung für sich in der Fahrt und die 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 Fahrt. Wir werden Sie wieder zunehmen, wenn wir mehr Informationen haben. Der wird vernetzeig über den PEDs in den Körper aufnehmen und als Energie verwenden. What? Wait. Das ist ja mal geil. Okay, das war's. Hab ich neu geguckt. Big Stare Down und dann war's das. Relle Analyse abgeschlossen. Es handelt sich um einen Pumpenturm für Brenngel. Anlage ist im Standby-Modus. Okay. Das System nimmt überschüssiges Brenngel auf. Kapazität voll ausgelastet. Nicht gut. Genreist auf unbekannte Zusammenfassung ist Eisschicht hin. Durchbeschluss nicht zu beschädigen. Brenngel Bottich ist leicht entflammbar. Zündimpuls könnte Überlastung des gesamten Lagers sein. Oh mein Gott. Ich lass mich raten, wir müssen ihn entzünden. Der Durchflussregulator liegt brach. Zur Aktivierung des Regulators ist ein Ansaugimpuls erfreulich. Was denn da? Wie kriegst du denn einen Ansaugimpuls hin? Was bist du? Oh. Okay. Blendwolf. Die kurze Strecken per Teleportation zurück anfällig ging. Ich hab keine Kältenattacken. Das wisst ihr, oder? Spiel. Hallo. Kann ich mich bewegen? Ich kann mich nicht bewegen. Was denn? Was trifft mich hier? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Gut. Ich muss jetzt mal wieder in den Overdrive gehen. Okay. Das hilft immer. Was war das denn immer am Anfang vom Kampf? Ich bin wieder verseucht. Was ist denn hier los? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wenn man kann, ich den Modus jetzt nicht mehr ausschalten. Auf normalem Wege. Ich muss mich leerballern. Bionische Daten ziffert. Keinbar werde ich vom Pfad so umpiert. Zeit aller des Krieges. Zu Beginn war die Zwietracht noch gering. Jenseits des Horizonts der meisten Einwohner des Prio. Doch sie schritt voran, allmählich und doch unaufhaltsam, wie der Sonnenaufgang. Diplomatie, Wicht der Gewalt und der Krieg erfasst unsere Welt. Die Lehrmeister wandten sich von der Forschung hin zur Zerstörung und stürzten die Primären in grauen, ungeahnten Ausmaßes. Im Gegenzug wandten sich die Primären den dunkelsten ihrer altertümlichen Kräfte zu und verfluchten uns Lehrmeister mitsamt all jenen, die im Dienste unserer Sache standen. Stellare Gefährten versuchten, erzweifelt den Konflikt zu schlichten. Doch vergebens, die Kriegsmeute war nicht aufzuhalten. Oh, ich muss beides brennen. Warum kommen da Dinger rausgeflogen? Warum kommen da Gegner rausgeflogen? Haben wir da drin gemacht? Ja, offensichtlich kann ich nur in diese Richtung gehen. Oder runterfallen ist auch möglich. Warte. Ne. Ob es mir eingebildet, dass ich was gehört habe? Das wird jetzt so wohl nicht funktionieren. Ach, da ist ein Ding. Schalter. Äh. Ich muss pumpen. Hm. Hm. Nein, die Güte. Ich sehe nicht so gut. Und jetzt? Oh. 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 Da muss ich wohl noch was regeln. Ah. Boom. Da auch. Wo ist das? Wo ist das? Und weiter nach oben. Uiuiui. Natürlich sind wieder Gegner freigesetzt worden. Aus Gründen. Ah, geh rein. Das ist ein Neuer, ne? Adulter Kragnol. Den meisten Waffenstand empfindlich gegen physische Reizung. So, so. Wir sind am Schwanz zubeln, heißt also physische Reizung. Wow. Achso, jetzt haben wir Stingens überladen. Was ich vorhin gelesen habe. Wobei- . Das ist so schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann es nicht. Hallo Naga, ähm, ich weiß nicht, heißt das, dass du in den Lur gehst oder sollst du in den Lur kommst? Ich will jedenfalls mal gut gucken. Pumtum in Endposition, Brenngel-Pumpensystem ist nun einsatzbereit. Hast du dich aus dem Gluckmanage? Na dann. Ah, Grünmanage-Kette, was? Was? In Halt. Cool. Wir werden es einfach tiefer machen können, aber so ist auch gut. Wie bin ich jetzt vorwärts gekommen? Oh, ich bin erst da. Wie geht's dir denn? Heute so? Der Golem-Ausatz bleibt geöffnet und die Bord werden Brenngel frei. Ja, genau. In Flammen? Kann man nicht. Kann ich irgendwie... Nee, nicht drüber. Wie weit? Okay, jetzt brennt. Was bringt mir das, wenn es brennt? Oh, ich muss in die Richtung brennen, okay. Hier geht's gut, das ist schön. Ah, oh. Mir geht's heute auch ganz gut, tatsächlich. Laut Map kann man da nicht lang, aber da ist doch irgendwas dahinten. Können sie mir doch nicht weiß machen, was ja nichts mehr ist. Außer wie in diese Richtung da hinten. Irgendwie wird man's schaffen. Oh, ne Speicherstation. Mitten im Nichts. Nehmen wir an. Ich weiß nicht, so wie wir hier heute gerade vorwärts kommen, fühlt sich das Spiel an, als wäre es kürzer wie die anderen beiden. Aber wer weiß das schon so genau. Edward kann... kann täuschen. Und raus kann da nochmal irgendwas kommen, was ewig dauert. Wie sieht das hier aus? Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Was bedeutet das? Der Pfeil. Ist er zu Fuß, zum anderen Gebiet kommen können, oder was ist das? Gehlgeber verzieht Panzer mit Brenngel ausgestattet. Okay. Nicht so geil. So den auch nur dann, wenn sie wollen, offensichtlich. Einmal kürzer als zwei, aber länger als eins. Okay. Ja, macht Sinn. Zwei war wirklich relativ lang und auch ein bisschen nervig tatsächlich. Es passt ja, das Gebiet passt ja gar nicht rein. Oh boy. Oh. Hier ist noch. Habe ich eben gerade ein Ding, sonst habe ich eben gerade ein item gehört. Hey, hast du mal den Dude? Danke. Danke. Wunder, das schützendes Eispanser müsste sich entfernen lassen, solange die Zielperson in einem Benommenheitszustand ist. Ah, okay. Oh, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich gucke mir vielleicht den Aufheben sollen oder sowas, ich weiß nicht Ja Ich lürfe ihn ein Ist das der Icebeam oder ist das der Super Missiles oder? Ice Missiles Oder so Aber jetzt liegt hier aber ein Haufen Zeugs rum Ja Ich kann nicht mal scannen Jetzt scannen Danke Man zieht da der Regel Steuerschalter ab Momentan Erweiterung des Anzugs nicht möglich Okay Was passiert wenn ich hier Nach unten gehts Okay Okay Nice Raketen Und so Und lass mich warten Oh, dann kann ich da hinten jetzt um die Ecke laufen Obwohl das was nicht auf der Map war Oh, dann kann ich da hinten jetzt um die Ecke laufen Wow, das Ding ist ein bisschen mehr als rauskommt Aber, aber nehmen wir mit Ich kann man nicht rum Oh, das war so, kann ich mich hier aufladen Nicht wirklich In Schrift Niedergang Der Niedergang Er blicket nun die Zeit des Kampfes Stamm gegen Stamm Schaut wie Arkane Albträume und das Hass erfüllte Das Höllen Was Hass erfüllte? Wieso hab ich da Hass erfüllt gelesen? Und das Höllenfeuer der Leere alles Lebendige vom furchtbaren Land hinwegfegen Seht, wie die steinernen Mogenarkolosse in die Schlacht ziehen Und ihre Schläge das Land verwüsten Vernehmt den nicht Verstummenden Aufschrei des Planeten Der vom finstersten Krieg verzerrt wird Die Schlachten schier endlos andauern Und welchen Mittel es bedarf Die Bier der Kriegsbestie zu stillen Der Prius selbst war zum Kriegsopfer geworden Die Luft geschwärzt vom dichten Rauch Er schlachten Die Erde vollgesogen Mit ruinösen Kampfstoffen Unheil und Unheil brach Über das Volk der Prius herein Und eine Welt, die einst bekannt für ihre Wunder Nur noch eine zerfurchte Hülse inmitten der Sterne war Nur eine kleine Region blieb bewohnbar Und dorthin begaben sich die Überlebenden Doch sie nahmen den Krieg mit sich Katsch Katsch War's das jetzt? Leviathan Schildgenerator Panzerung besteht aus Maldium Strukturelle Beschaffenheit optimal D-Wertan Keim Hat sich in den Planeten eingegraben Schützenes Energiefeld vorhanden Nochmal drücken? Ich glaub, jetzt einfach wieder zurück Oder so. Oh, mit einer Reikette geht's auch. Sehr schön. Ja, das hab ich ja vorhin gemeint. Oh, da muss ich jedes Mal das kommen, oder? Oh Gott. Gut, ähm, hier ist keine. Ehe eigentlich ne Dings. Ein Landeplatz sein können, aber gut. Mach mal nicht weiter. Ah, da kann ich jetzt lang gehen wegen, äh, wegen Dingens. Mit den Eisdingern. Aber ich geh erstmal hier lang, weil hier gibt's noch Items, glaub ich, zu sammeln. Und hier lang irgendwie noch, gibt's auch noch was. Was macht die Hand so? Was macht die Hand so? Aber wenn ihr Angst habt, dass es zu wenig Content ist, wenn das Spiel zu kurz ist, könnt ihr ja Punkte geben. Dann dauert's ein kleines bisschen länger. AR-M kommt ja danach. Das ist ja schon gescheduled, sozusagen. Oh, war ein bisschen weit. Aber hat noch geklappt. Ah, hab's gewusst. Ich könnte mal ein paar, paar Dingens. Jetzt vor allem, jetzt wo ich die Eisdinger hab, bin ich tatsächlich ein paar Eisraketen gebrauchen. Also ein paar mehr Raketen gebrauchen. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Nicht ganz. Aber irgendwie schon. Was ist hier los? Ja, das hab ich ja gleich gemacht. Okay. Wie mach ich das? Oh mein Gott. Achso, ja, hier. In der Wii-Version können sie es ja machen. Man kann ja da schwimmen und schießen gleichzeitig. Mit dem Gamecube konnte man das nicht. Radwerk dient der Aufbereitung von hohem Brenngel, bevor es das Leistungsnetzwerk eingespeist wird. So. Das. Oh, eine Abkürzung. Direkt noch ein bisschen Container. Wunderbar. Jetzt kann ich welche brauchen. Mit der Eisfähigkeit. Aber. Oh, ich brauch trotzdem erst den Plasma-Dingens. Ich muss hier rein. Dafür. Ups. Okay. Ich hab ja noch ein paar Wochen Zeit für die Assets, man. Ja, da komm ich eh noch nicht lang, weil ich... Definitiv, die Waffe mir fehlt. Weißt du, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich geh zum Schiff zurück, oder ich versuch den Weg hier zu gehen. Aber ich bin mir relativ sicher, das macht... Da komm ich einfach nur zum anderen Gebiet. Erstmal zum Schiff zurück. Weil ich noch ins erste Gebiet zurück will. Ich kann da noch ein Item holen. Dann fliege ich ins nächste Gebiet und dann sehen wir ja, ob ich da... Gut. Ich kann halt... Ich kann halt nicht die Mistviecher hier scannen. Ich kann's einfach nicht. What? Okay, jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber wild. Was bitte ist Rando... Was bitte ist an Rando schlimm? Kann mir das einer bitte erklären? Rando wurde geblockt. Was bitte soll das für ein Dreck sein? Das geht ja gar nicht. Ja, Rando wurde in der Nachricht geblockt. Noch nie gesehen, dass Rando irgendwo geblockt wurde. Ich mein, keiner sagt Randomizer. Jeder sagt Rando. Halb Twitch muss ja geblockt sein, deswegen. Was ist da los? Ohne Scheiß, die Automod-Dinger da sind. Wirklich, wirklich übertrieben hart. Und wir müssen uns nichts mehr sagen. Ist überall dein... Dein Maul verboten. Wobei, der Weg, der da angezeigt wurde, ist eigentlich in die Richtung gewesen. In die Richtung, nicht in die Richtung. Egal. Irgendwann werden wir da eh nochmal zurückkommen. Und dann können wir die Wege auschecken. Kannst du mal eben auch mit der Bums wieder aus? Ja. Keine Ahnung, ich hab den bei mir auch aus. Ich hab nicht mal... Ich hab nicht irgendeinen Mod an. Einen Mod an. Außer... Außer... Außer Maltis. Der macht aber auch nur die komischen Dudes weg. Ich... Hab das bei anderen Leuten gesehen. Wo wirklich unglaublich viel weggeblockt wird. Ich mein... Ich mein, hier wird ja jetzt auch nichts gespielt, wo man irgendwie eine Zeit lang nicht auf den Chat gucken kann, ja. So schlimm ist es ja nicht. Kann man ja jederzeit beim Spiel Pause drücken und kurz auf Wegbannen klicken. Theoretisch. Wenn der Twitch-Auto-Mod auf volles Rohr steht. Ey. Ich weiß. Oh. Oh. Was würd ich sagen? Der Auto-Mod auch von Twitch. Und der auch ganz schlimm steht. Der blockt dir einfach alles weg. Du kannst fast keine normale Konversation mehr haben. Ich guck mich schon da hin, bitte. Und... Wait. Oh, da unten. Da brauch ich aber auch den Eis. Oh, ich hab ja Eis jetzt. Haha. Oh, ich... Ich komm hier... Den Weg gar nicht lang. Das ist das Problem. Aber ich geh nochmal rüber und guck. Keine Ahnung, auf was der hier eingestellt ist. Auch wie streng. Aber ich nehm... Scheint mir Level 1 oder 2 zu sein. Nicht 3. 3 auf jeden Fall nicht. Wenn er auf 3 steht, kannst du nicht mehr... Ah doch, man kann ja lang. Wenn er auf 3 steht, kannst du nicht mehr mehr wahrscheinlich schreiben. Ich hoffe zumindest, dass ich es immer richtig geschrieben habe. Oh? Post? Aus welchem Grund das denn? Oh, wow. Wow. What the f... Okay. Okay. Ein Moment. Erlaub's mal für jeden zum Nachgucken. Aber sind die Wörter dann für immer permitted? Oder nur... Oder nur in der Nachricht? Post? Post? Wie? Was für ein Dialekt ist das bitte, dass man das Puss aussprechen kann? Was bitte labern die da ein? In... 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 In Südafrika. Im Moment. Oh, dann müsstest du es, wenn du es nicht haben willst, wieder Auto... Autobahnen... Manuell bahnen. Obwohl... Obwohl... Ah, noch nicht 2? Du, die Katzin hat mich aus dem... Hat mich aus dem... Aus dem Overdrive da gekickt. Aha! Exolum in Bewegung gehindert. Er scheint als Versuche er... Steuereinheit zu erreichen. Erf Pumpenkram für Brenngel. Außer mit... Offenbar wurde eine Energiezelle entnommen. Einheit des Golems einsatzbereit. Energieimpuls verwenden wir es. Okay. Also können wir das theoretisch machen. Oh, shit. Oh, ich... Wieso muss ich... Wieso kann ich alles 20 Mal scannen? In dem Spiel hier. Ich muss mich da reinrollen. Reinigeln. Oh. Und auch. Ich hab'o. Ich hab'o. Ich hab'o. aber Na, du darfst mal befreien hier Auch ein Item Klingt, als wäre hier ein Item Ja, war aber nicht wirklich Oh, jetzt kann ich das gute Stück hier mal loslegen Oh, wow Ah, so ist das gedacht Okay Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Ist da nicht noch in dem Ding drin Egal Ich bin nicht rausgefallen Ich bin nicht rausgefallen Warum brauchen wir noch den Dingensbumensens da Samus Samus We have uncovered more information regarding your condition It appears that once activated The unique phason inside your body overreacts after several seconds We did not foresee this problem when we gave you the PED And unknowingly We put you in grave danger We are sorry Please be aware that it will not be possible to counter Dark Samus without the PED You must be careful in using it In the meantime We will continue to investigate this unique phason Okay Für Kraknollbauorganismen im Inneren geortet Auffällig gegen Explosionsstoße Okay Okay, da ist schon das Dingens Okay, dann machen wir das noch Das Schiff noch Schiff Upgrade noch Und dann speichern wir am Schiff Das machen wir beim nächsten Mal Sehr geil, wie viel Zeit wir hier noch brauchen Die Legierung Wow Nice Wir kommen erstmal nach unten Und gucken uns unten an, was los ist Hier auf jeden Fall ein Item Gebrummelt was Oh, das ist schön Aber ich hab noch keine Energiekane Gescannt, oder? Das hab ich Wunderbar Zum Glück hauen sie einem Energie Gerade so entgegen Dafür muss man auch Energie einsetzen Aber im Spiel Und kämpfen Ja Er schießt mir ins Kreuz Das ist nach oben Lang Okay Okay Wow Wow Der Drop wurde sogar verschoben Hab ich das gesehen Die テder Das ist Bis zum Glück Kade ıma Hi Das ist des Die Magazin sind Teil eines Waffen- und Abweiterungssystems, wie die Kampfschiffteuerung über das ein Raumschiff bekommt Maketen. Natürlich gibt es erst noch einen Miniboss. Oder einen richtigen Boss, wer weiß. Nur die Dudes? Das ist jetzt kein Problem. Den habe ich ein bisschen... Da kommt sicherlich noch was am Ende, nachdem ich ein paar Runden von denen besiegt habe, oder? Können sie mir nicht weis machen. Also nur gegen Standardgegnerkämpfe. Was haben die denn da? Was haben die denn da? Was haben die denn da? Ja. Gut. Joom. Ja, schon klar. hochfahren, bitte. Muss ich hier noch ein komplettes Ding an Rätsel lösen? Jetzt kann man die Dinger hier nicht scannen. Das Riesending kann ich hier gar nicht scannen. Der EG wird aus lokalen Energiezellen gespeist. Der Aktivierung erfordert, entferne die Energiezelle. Noch was? Erstmal, wait. Muss ich da hoch? Ach, da sind... Nein, das bricht. Nicht da? Nee. Ist das ein Fahrstuhl? Fahrstuhl. Ich muss mich geraten. Oh, wow. Damit habe ich... Das hätte ich jetzt nicht geraten, aber gut. Oh, eine Energiezelle. Okay. Komm mit. Okay. Okay, dann haben wir hier schon mal die Energiezelle geholt. Auch nicht zum Scannen. Ganz im Terminal sind aus, als könnte man es jetzt gerne, aber kann man nicht. Oh, mein hier. Da muss ich rein. Da ist die Konsole. Das System der Frachtschot-Deaktivierung des Sicherheitssystems. Genau das brauchen wir. Äh... Okay. Ich muss manuell reinholen, das Schiff. Ach Gott. Ich will nicht so ein Flugzeug, du kannst auch da reinfliegen. Ja, ich will, nicht so ein Flugzeug, du weißt. Kluft sich jetzt schon mal an. Ich will, wenn ich wieder einlöser, nachdem... Ich will, dass der Flachschot-Deaktivierung... Es ist ein Upgrade, dann ist es, es ist ein Upgrade. Erinnerung des Kampfschiffs geschlossen. Neues Lockensystem installiert. Bordmissile ist einsatzbereit. Z drücken, um das Kommandosymbol zu erfassen und bei dem Moor einzuleiten. So, ähm... Wann da hinten jetzt noch los? Da kommen wir nicht durch. Über schwaches Energiefeldabschwimmung lässt sich durchstoßen. Hoch. Okay. Also es ist hier ein Comeback vom... Ne, nicht unbedingt Plasma Beam. Ja doch, Plasma Beam wahrscheinlich. Weil ich auf dem einen Ding muss ich denken, das muss ich schweißen. Wenn wir nur den Beam brauchen. Ice Beam nicht, weil wir sagen jetzt Ice Missiles. Dann passt das da. Hier waren wir, da kommen wir auch nicht durch dann. Fahre ich irgendwo noch nicht. Ne, also kann ich theoretisch wieder... Gehe zurück zum Anfang hier, weil der Weg hier eigentlich bereit ist. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Also das rumfliegen System und so ist schon ziemlich cool Wie gesagt, wenn sie jetzt mal wirklich ein Open World bzw. Open Galaxy Metroid machen würden, wo man sein Schiff Verwaltung kaufen könnte, indem man neben Topfgeldjagden macht, um Geld zu verdienen und so Zeugs Das wäre richtig cool Keine Ahnung Anzug-Upgrades sich kaufen zum Beispiel Also die wichtigen neuen Waffen muss man finden Metroidvania-Style, aber so andere Upgrades, zum Beispiel, dass ein Charge-Spiel ein schneller Charge oder so ein Scheiß, könnte man sich dann teures Geld irgendwo kaufen Nachdem man ihn freigeschalten hat Durch das Geld, dass man Nebenmissionen oder sowas sammelt Das wäre richtig cool Das fände ich richtig geil Gut Was ist das eigentlich, wenn ich auf zwei klicke? Hier was? Oh Misuren kriegt dann gezeigt Da sehe ich sogar, wie viel ich bin was der schon gesammelt habe. Soll ich jetzt die GF? Das sind noch fünf übrig? Ich hoffe, die kriege ich nicht auf der GF, sonst haben wir ein Problem. Wie viele Prozent haben wir denn schon? 15 Prozent? Glaube ich nicht so schlecht. Ich glaube, 15 Prozent ungefähr in dem Dreh war bisher jedes Mal. Unser Spielen kann da sein. Um die 15 Prozent herum hatte ich, glaube ich, immer. Bei den ersten beiden Teilen, glaube ich, auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ist durchaus ein... Ist her ein ziemlich gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals so komisch fand. Wahrscheinlich konnte ich die Steuerung nicht akzeptieren, nachdem die GameCube-Steuerung einfach so übertrieben gut war. Aber jetzt, wo ich mich durch die anderen zwei Spiele geschlagen habe, mit der Wii-Steuerung, jetzt ist das Spiel richtig gut. So. So ist das am meisten gesagte Wort im deutschen Sprachgebrauch, glaube ich. Ich glaube, das heißt voll drin. War eine gute Wahl, die Metroid-Reihe zu spielen, glaube ich. So, im Allgemeinen. Mal schauen. Theoretisch, wenn wir jetzt Prime fertig machen, in, sagen wir mal, fünf oder sechs Dingern, und dann noch aller M-Macht machen, dann passt das, glaube ich, genau mit Metroid-Tread, oder? Also, dass ich es dann einmal durchgebollert habe und danach nochmal hier zusammenspielen und 100%-File machen. Ich glaube, das könnte ganz gut hinkommen, ungefähr. Wenn nicht, müssen wir noch random zwischendrin-Streams machen. Aber ich glaube, früher werde ich nicht fertig mit den beiden Spielen. Kommt ein Dread raus, in fünf Wochen, oder? Tatsächlich schon. Was nicht? Achtter, Zehnter? Der Achte, Zehnte ist in eins, zwei, drei, vier, fünf. Freitag in fünf Wochen. Ja, das. Da haben wir vielleicht Prime 3 fertig. Das heißt, wir haben da noch Zeit. Bis dahin habe ich die Hälfte von Dread hoffentlich wieder vergessen. Wie sieht es dann im Stream spielen? Das ist dann ganz gut. Was heißt privat meinst du? Offline? Ja, ich klopke dann ganz schön gut raus. Ja, ich Ja, ich würde sagen so ein Metroid-Spiel so ein 2D-Metroid-Spiel kann man gut an zwei, drei Tagen durch, 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 durchdrücken. Ja. Was ist denn mit einem Stottern los? Frage mal. Aber ja, war schön heute. Gutes Spiel. Fällt mir. Morgenabend gibt es Pokémon, wenn ich richtig lese. Die Pokémon sind wieder unterwegs. Ja, gleich gibt es noch etwas mehr Nachrufe, nenne ich es mal. Wer noch mehr mich ertragen möchte darf jetzt hier dranbleiben, um noch mehr von mir zu sehen. Der Vergangenheitsbo ist heute scheinbar hart am Start. Habe ich mir sagen lassen. Er hat es mir nicht verraten, hat es auch nicht mit mir abgesprochen, der Vergangenheitsbo, aber er meinte wohl, er möchte heute nochmal ran. Der Dummschwätzer. Glaub dem nix, sage ich. Ich sage euch, glaub dem nix. Das ist nur so ein alter Dummschwätzer. Space Knight heute. Uh, die lange Space Knight. Warte mal, gab es da nicht was auf irgendeinem Sender? Die lange Space Knight? Oder wie die hieß? Gab es da nicht was auf irgendeinem Sender? BR Alpha? Was lief denn da immer die ganze Zeit? Ich weiß nur noch den Namen. Was war das denn für Zeugs? War das einfach nur Dokumentation? Oder lief da einfach nur irgendwie sowas wie ein sowas wie ein ähm äh wie heißen die Dinger? Ähm wo man sich reinsetzt und das Zeug anguckt. Aber wie heißen die Dinger denn? Gibt's das? Planetarium. Sowas wie ein Planetarium nur im Fernsehen? Space Knight, Rave Knight und Bob Ross kamen da? Futuristische Mucke. Uiuiui. Man, futuristische Mucke von damals ist heute auch schon alte Mucke wahrscheinlich. Muss man halt leider so sehen. Aber ja, jetzt noch was noch was mit mir dann morgen Pokémons sonst die Woche irgendein anderes Zeugs das ich sicherlich auch noch finden wird was da passieren wird. Uh Sehe ich das richtig? Am Donnerstag vielleicht? Late Night Momo? Wir sind gespannt. Vielleicht klappt's ja. Jeder kann auf den auf den Stundenplan sag ich mal schauen. Und sich's angucken. Konserven? Genau. Genau. Zur Not gibt's Konserven, Momo. Gut. Dann würde ich sagen äh war's das von mir für heute? Kurzer Momo mit Shenmue? Wurde Shenmue hier gespielt? Oder war das nur ein First Look? Nur ein First Look, okay. Das ist auch so ein Spiel wo irgendwie 80 Milliarden Stunden dauert. Ich krieg's nicht mal gebacken ist privat zu spielen weil es so lange dauert. Im Stream dürfte das ewige Zeiten dauern da durchzukommen meine Güte. Ich kann ein gutes Streamspiel auch wenn es super interessant wäre für einen Stream aber es wird über Jahre hinweg gehen glaube ich. Momo Keiner macht dir Vorwürfe, Momo niemand niemand wir freuen uns alle nur wenn du im im Plan stehst und hoffen und hoffen das Beste Der gleiche ist der Dummschwätzer ich bin der schlau ich bin der schlau wie Schlumpf hier der andere ist der Dummschwätzer wobei schlau wie Schlumpf nicht auch ein Dummschwätzer wie ein Papa Schlumpf der ist schlau so ist das nämlich gut und dann können wir hier gleich noch weiter im Chat schreiben wenn ihr wollt ihr ich weiß nicht wie lange ich durchhalte ich werde es noch eine Weile offen haben gemutet weil ich mich nicht selber labern hören will die ganze Zeit das ist schrecklich vor allem dieses dummes Zeug aber im Chat braucht man ja nichts hören können gut ähm machen wir hier fliegender Wechsel oder ist das Wurst das habe ich gesehen das habe ich gesehen das habe ich gesehen ab geht's gut dann schauen wir mal ob ich das auch kann mit dem fliegenden Wechsel ich habe noch nie abgegeben ob du es glaubst oder nicht schauen wir mal an leute gibt es jetzt ein kleines liedchen zum abschied und danach geht es gleich wieder weiter mit irgendwelchen alten zeugs und irgendeinem blut der komisches zeug macht die zeit rein die nacht ist jung und wenn ihr nicht schlafen könnt bleibt einfach hier in diesem sinne jölle und so